Unzucht passiert, wenn du dich in Situationen versetzt, die mit Augenlust und Fleischerlust zu tun haben. Und ich verstehe, dass es heute schwer ist. Es ist schwer, rein zu sein. Für junge Menschen ist es schwierig, keine Unzucht zu begehren, weil es auf der Welt so viele Versuchungen gibt. Es wird viel in unserem Gehirn gedrückt. Unzucht ist überall. Es wäre für einen jungen Mann oder eine junge Frau einfacher, rein zu bleiben, wenn es außer Sicht und Verstand ist. Wenn du nur damit beschäftigt bist, viele andere Dinge im Leben zu tun. Aber heute sind wir ständig gezwungen, darüber nachzudenken, was im Schlafzimmer passiert. Es wird alles auf Werbetafeln, Magazinen, im Fernsehen und auf allem gezeigt, wo es uns aufgedrängt wird. Deshalb ist es schwer, aber lass mich dir etwas sagen. Das ist keine Ausrede für Unzucht. Ich verstehe, dass es schwierig ist, rein zu sein, aber es ist nicht unmöglich. Es ist möglich, dass ein junger Mensch an seinem Hochzeitstag Jungfrau ist. Ich habe es gemacht, okay? Als ich geheiratet habe, war ich Jungfrau und weißt du was? Ich war in meinem ganzen Leben mit einer Frau zusammen und hoffe, dass ich so ins Grab gehen werde. Es ist möglich, aber lass mich dir sagen, dass es schwer war. Es war eine Herausforderung, im 21. Jahrhundert in Amerika aufzuwachsen. Nun, das war das 20. Jahrhundert, als ich aufwuchs, weil ich im Jahr 2000 geheiratet habe. Aber ich sage dir, es war schwer, es ist eine Herausforderung, weil es ständig vor dich liegt, oder? Dir werden ständig alle diese Bilder gezeigt, die dich zur Augenlust anregen. Und es ist schwer, der Versuchung zu widerstehen. Aber das ist keine Ausrede. Es ist jetzt eine große Sünde, wie es war, als dies geschrieben wurde. Und die Bibel spricht immer wieder gegen Unzucht. Es sagt sogar, dass diejenigen, die weiterhin Unzucht betreiben, wenn sie als Bruder bezeichnet werden, aus der Gemeinde ausgeschlossen werden sollten. Deswegen ist das also eine große Sünde. Nicht etwas Kleines, es ist kein Witz. Aber es gibt viele Leute, die sagen, nun, das ist heute einfach nicht realistisch. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Weißt du was, lass mich euch jünger Männer etwas sagen. Die Bibel lehrt, dass es besser ist, zu heiraten, als zu brennen. Die Bibel lehrt, dass, um Unzucht zu vermeiden, soll jeder Mann seine eigene Frau und jede Frau ihren eigenen Mann haben. Die Lösung, um Unzucht zu vermeiden, besteht also darin, zu heiraten. Das lehrt die Bibel. Aber guck mal, wenn du ein Teenager bist, ist das natürlich nicht praktisch, weil du noch zu jung bist und dich noch etablieren. Du musst noch viel lernen und erwachsen werden. Also an diesem Punkt des Lebens musst du dich enthalten in diesem Alter. Als Teenager musst du Selbstbeherrschung üben und warten, bis du erwachsen bist. Und dann, nur weil du erwachsen bist, wirst du möglicherweise nicht sofort die richtige Person finden. Aber du musst beten, dass Gott dich zur richtigen Person führt. Ihr jungen Männer, du musst mit Frauen sprechen. Du kannst nicht einfach erwarten, dass sie vom Himmel fehlt. Du musst eigentlich rausgehen und nach ihr suchen, okay? Also du musst rausgehen und Leute treffen und darauf hinarbeiten, denn als einfach Single zu leben, ist gefährlich. Wenn du einer bist, der einen starken Drang in diesem Bereich hat, solltest du heiraten. Das ist der beste Weg, es zu tun. Und viele Gemeinden, viele Menschen in unserer Gesellschaft werden dich davon abhalten, zu heiraten. Sie möchten, dass du 30 Jahre alt bist, wenn du heiratest. Oder sie möchten, dass du mindestens warten, bis du dies oder das beendet hast. Aber was ich denke, ist, Junge zu heiraten, ist eine gute Sache in der heutigen Gesellschaft. Jetzt sage ich nicht, dass ich mich beeile und nur die erste Person heiraten soll, die mitkommt. Aber ehrlich gesagt ist es nichts Falsches daran zu heiraten, wenn du eine göttliche Person findest, mit der du heiraten kannst. Es ist eigentlich gut für dich. Wenn du sagst, nun, ich möchte zuerst mein Leben leben. Dein Leben ist nicht vorbei, wenn du heiratest. Genau. Es ist nicht wie, es ist fertig. Leben ist vorbei. Es hat Spaß gemacht, aber jetzt ist es Zeit zu leiden. Hey, du kannst das Leben immer noch genießen, okay? Und ehrlich gesagt, meine Eltern haben jung geheiratet. Mein Vater war 20 und meine Mutter war 19. Und das war normal. Das war nichts Seltsames für sie. Aber als ich heiratete, als ich 19 war, sagten alle, Wow, was machst du? Du bist noch 19. Pastor Roger Humanis in Sacramento, California, heiratete mit 18 Jahren. Wow, was machst du? Weißt du was? Ist es nicht erstaunlich, wie er Gott dient? Er hat nicht aufgehört zu leben. Er ist verheiratet und hat Kinder und leistet viele gute Werke für Gott. Aber dann gab es einige andere Leute aus derselben Gemeinde, die zu dieser Zeit nicht geheiratet hatten. Sie gingen einfach los und schwebten in ihren Singlejahren herum. Sie gingen vom Herrn Weg und wurden zurückgefallen. In vielerlei Hinsicht hält das Heiraten dir normal. Es hält dich auf dem richtigen Weg mit Gott. Weil es in Verantwortung ist, ist gut für dich. Und wie es in Ort auf Klone die oder in einem Netzwerken eingeladen ist, war engagiert wird monthge éch. Der Leibere Hinsicht erhältlich äh, Denn jetzt geht kaum.